Ich bin hier im geheimen Aufnahmeraum, wo die mächtigen Löhle sich gerade vorbereiten, geschichtliche Platten einzuspielen, die jetzt schon berühmt sind. Sind wir schon in den Charts, Axel? Nein, sind wir noch nicht. Wir sind halb zehn in Deutschland. Jede Sau macht Pause mit seinem Drecksknoppers und wir müssen hier wieder mal lochen. Ich auch. Geschichte schreiben. Ich auch. Natürlich du auch. Darf ich nicht noch schlafen? Marni, ist mein Bass gestimmt? Ja, Marni. Sie haben deine Arbeit gemacht. Na, Uwe, willst du unseren Zuschauern erzählen, dass wir wieder Geschichte schreiben werden? Wie war das denn für dich, als du die Dödelhaie zum allerersten Mal getroffen hast? War es genauso schön für dich wie für uns? So, hier ist ein Schlafquartier, der mächtige Dödelhaie. Da schläft normalerweise der Maxi, da schläft der Axel, hier schläft Captain Andy persönlich und da oben schläft der Hadi. Und solche kleine Kämmerchen werden hier eingezwängt. Mhm. 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 Mächtung. Mhm. Untertitelung des ZDF, 2020